Beginnen wollen wir unsere Sendung mit einer wahren Legende, der coolsten Soulstimme unserer Zeit, Amy Winehouse, die leider viel zu früh verstorben ist. Aber jetzt gibt es den Moment an sie zu erinnern, denn es gibt einen neuen Bildband, der heißt Die Legende lebt weiter vom Fotografen Blake Woods. Und der hat es geschafft, auch glückliche Momente im Leben von Amy Winehouse einzufangen. Und diesen kleinen Bildband, den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Singen war immer wichtig für mich, aber ich hätte nie gedacht, Sängerin zu werden. Ich bin so glücklich, dass ich etwas habe, was ich immer tun kann, wann ich will. Ich dachte, es gibt nichts Neues, deswegen habe ich angefangen, meine eigene Musik zu schreiten. Dann kam mich zurück rot vor, dann ging ich einfach unerschehen. Und ich denke, all die Dinge, was ich da, in meinen, I bin ein Priester. Ich komme, oh mein, ich bin ein Reg vinden, wenn ich rauskomme, wenn ich bicicletze. Und ich weiß, dass du die Ww, wie du dazu machst. Ich versuche, oh Frau, ich bin ein rayser. Ich schreibe nur Lieder, die mich persönlich berühren. Ich schreibe nur Lieder, die ich zurückkehre. Back to Black, was für eine Frau, was für eine Stimme, was für ein Song. Für alle Fans, der Bildbad Amy Winehouse, Blackwood, sehr zu empfehlen.